Für die erste Reihe benötigt ihr drei Wendeluftmaschen für Stäbchen und wir beginnen mit fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und in die dritte eine Kettmasche, drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und in die dritte oder ab der dritten fünf Stäbchen. Drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und in die dritte eine Kettmasche. Drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und ab der dritten wieder fünf Stäbchen. Drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und in die dritte eine Kettmasche. Drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und ab der dritten wieder fünf Stäbchen. Drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und in die dritte eine Kettmasche. Drei Luftmaschen, drei Luftmaschen, drei Luftmaschen, drei Luftmaschen freilassen und ab der dritten wieder fünf Stäbchen. Drei Luftmaschen, drei Luftmaschen, drei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen und ab der dritte eine Kettmasche. Und in die letzte Masche einfach nur ein einzelnes Stäbchen. Und fertig ist unsere erste Reihe. Für die zweite Reihe drei Wendeluftmaschen. Dann könnt ihr euch gerade als Anfänger jetzt in die letzte Masche schon mal den Marker setzen. Und dann fünf Luftmaschen, zwei, drei, vier, fünf. Einen Umschlag und hier in das erste Stäbchen dann wieder einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und ab hier wieder über jedes Stäbchen. Ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Einen Umschlag. Und wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und so jetzt wieder die ganze Reihe weiter. Fünf Luftmaschen. 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 Musik Und nachdem ihr am Ende der Reihe 5 Stäbchen gehäkelt habt, schließt ihr das Ende der Reihe mit einem Stäbchen hier an der Seite in der Reihe des letzten Stäbchens, so dass der Abschluss schön gerade ist. Für die dritte Reihe wieder 3 Wende Luftmaschen und hier jetzt wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen, also dieses ist hier drüber, also stechen wir hier ein und häkeln 5 Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen. 3 Luftmaschen Und nun stechen wir in die mittlere Masche der Kette ein. Ich steche dann immer mit dem Haken zuerst, hol den Faden durch und mache eine Kettmasche. Dann wieder 3 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen. Das Maschenbild an sich wird wirklich schöner, wenn ihr in die Kette einstecht, also fester, dadurch, dass es nicht mehr verrutschen kann. Ihr könnt natürlich auch um die Kette herum, aber dann wird das Maschenbild natürlich später nicht so schön werden, weil dann auch die Kette verrutschen kann. Nach den 5 Stäbchen wieder 3 Luftmaschen und wieder in die mittlere Masche. 5 Stäbchen einstechen und eine Kettmasche. 3 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen in die 5 Stäbchen. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte einstechen. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte einstechen. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte einstechen. 5 Stäbchen in der Mitte einstechen. 3 Luftmasche und wieder in die Mitte einstechen. 5 Stäbchen in die Mitte einstechen. 3 Luftmaschen und jetzt hier am Ende auch wieder, daher auch am besten den Marker gesetzt, in die mittlere Masche einstechen und eine Kettmasche, 3 Luftmaschen und nun in die Masche, wo der Marker ist, das Ganze mit einem Stäbchen beenden. Und das war die dritte und letzte Reihe und jetzt kommen wir noch zur vierten, wo ich euch zeige, wie ihr das Muster verschiebt. Drei Wände Luftmaschen und nun um die erste Kette zwei Stäbchen. Dann um diesen Knotenpunkt, also hier in das große Einstechen herum ein Stäbchen und hier wieder um die zweite Kette herum ein Stäbchen. So, dass wir auch hier wieder unsere fünf Stäbchen haben. Mit dem Äußeren wären sogar sechs. Dann drei Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen einstechen und eine Kettmasche. Drei Luftmaschen und auch hier jetzt wieder um die erste Kette herum zwei Stäbchen. Um den Knotenpunkt herum, also hier in das große Einstechen, ein Stäbchen. Und um die nächste Kette herum zwei Stäbchen. Wer jetzt sagt, die Stäbchen sehen aber ein bisschen grusselig aus, weil die hier keinen Halt haben. Die werden durch die Stäbchen, die ihr darüber häkelt in den nächsten zwei Reihen, in die vernünftige Richtung gezogen. Drei Luftmaschen und wieder hier in das mittlere Stäbchen eine Kettmasche. Drei Luftmaschen und wieder um die erste Kette zwei Stäbchen. Um den Knotenpunkt ein Stäbchen. Und um die zweite Kette zwei Stäbchen, dass wir auch hier wieder unsere fünf Stäbchen haben. Drei Luftmaschen. In das mittlere Stäbchen eine Kettmasche. Drei Luftmaschen. Erste Kette zwei Stäbchen. Knotenpunkt ein Stäbchen. Und um die zweite Kette ein Stäbchen. Zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen. In das mittlere Stäbchen wieder eine Kettmasche. Drei Luftmaschen. Um die erste Kette zwei Stäbchen. Knotenpunkt ein Stäbchen. Zweite Kette zwei Stäbchen. Und am Ende der Reihe drei Luftmaschen. Ins mittlere Stäbchen eine Kettmasche. Drei Luftmaschen. Und die Runde mit einem Stäbchen in das Randstäbchen der Vorreihe beenden. Und so habt ihr das Muster jetzt verschoben. Weiter geht's dann jetzt wieder hier mit der zweiten Reihe. Wo ihr fünf Luftmaschen macht. Um das große Löckchen zu erzeugen. Und dann wieder mit den drei Kettenmaschen. Ansonsten bleiben die fünf Stäbchen über die fünf Stäbchen. Also ich zeige euch jetzt nochmal eben die fünfte Reihe besser. Den Anfang. Und zwar drei Luftmaschen. Hier wieder den Marker setzen. Weil wir hier das große Löckschen erzeugen. Fünf Luftmaschen. Und dann wieder über jedes der fünf Stäbchen ein Stäbchen. Also das Muster ist an sich sehr leicht zu merken. Wir häkeln immer drei rein. Die fünf Stäbchen werden immer über die fünf Stäbchen gehäkelt. Und bei diesen müsst ihr euch einfach nur merken. Erst kommt eine Schleife. Dann wird das große Löckschen erzeugt. Und dann wieder die Schleife. Also hier sieht das am besten. Hier sieht es aus wie so eine Schleife. Große Löckschen. Und eine Schleife. Ein recht simples Muster aus drei Reihen. Recht leicht zu merken. Und man muss einfach nur den Kniff raus haben, wie man dann das Muster verschiebt.